Ich war positiv überrascht von der Behandlung, von der Organisation und eigentlich vom gesamten Paket. Und als ich dann erfahren habe, dass es diese Möglichkeit gibt, da teilzunehmen und sozusagen ein Mitglied dieser Familie zu werden, habe ich mich entschieden, das zu machen, weil vor allem aus dem Gesichtspunkt von Schweizer Kunden, ich finde, dass viel zu wenig Leute wissen, dass es eine solche Möglichkeit gibt. Und für sehr viele Leute ist das eine sehr gute Möglichkeit, denn es ist letzten Endes auch eine Frage des Geldes, eine Finanzfrage. Und für viele ältere Leute oder Leute, die pensioniert sind, kann es sehr schwierig werden, wie gesagt, in der Schweiz eine grössere Behandlung zu machen, weil das doch die meisten haben dann Probleme, dieses Budget zu erfüllen.